hallo leute ich bin's iisic in diesem video zeige ich euch etwas ganz cooles und zwar wie ihr am schnellsten euer pfandlungslevel verlieren könnt also eure sterne und wie ihr in ein gebäude reinkommen könnt wo euch die online spieler nicht sehen und die polizisten auch aber ihr die polizisten und online spieler töten könnt ich selber habe es nicht herausgefunden sondern ein freund von mir ich bedanke mich sehr bei ihm dass er mir den trick gezeigt hat also diesen fehler und jetzt zeige ich euch auf der karte wo es genau liegt und zwar hier beim friseursalon in diesem weg da drin halt also ich zeige es jetzt mal noch von der weite dass ihr euch orientieren könnt ungefähr genau hier beim friseursalon und zwar müsste jetzt dahin gehen da ist der friseursalon gleich und da müsste ich hingehen und genau hier bei der türe müsste jetzt entweder links oder rechts wie ihr wollt dahin gehen und dann einfach vier drücken und jetzt werdet ihr hier halt reinkommen da also derzeit da oben und jetzt müsste anlauf nehmen und vier drücken damit ihr halt springt jetzt hat es bei mir nicht geklappt aber jetzt und wie ihr seht ist ja ein kleiner bereich mit den fliesen da unten da zum beispiel kann ich nicht hingehen und nur in dem bereich und wie ihr seht zeige ich euch die politik ich kann den polizisten umbringen und ja er zielt auf mich kann mich aber nicht treffen oder so ich kann einfach auf ihn schießen mir kann einfach nichts passieren zum beispiel ich kann jetzt hier wenn ihr sitzt den schwarzen strich da unten ich tue ein paar millimeter daneben schießen mir kann nichts passieren weil es außerhalb der wand halt ist des gebäudes sonst kann eigentlich nichts passieren und wenn ihr halt hier wieder raus wollt oder keine ahnung dann müsst ihr einfach da reingehen dann fliegt sie halt ein paar minuten oder sekunden keine ahnung fliegt sie halt und dann werdet ihr gleich wieder auf die welt gesponnt aber ihr stirbt nicht oder er macht es halt selbstmacht und ja ich finde diesen fehler halt voll cool weil man einfach die online spieler verarschen kann und so weil die halt nicht wissen wie man reinkommt und so und ja man kann auch ein bisschen spaß mit dem polizisten haben das finde ich auch cool und ja leute ich hoffe euch hat das video gefallen abonniert mich liked mich und tschüss leute bis zum nächsten video abonniert mich oder b abonniert mich abonniert mich Bis zum nächsten Mal.